Du hast so hart gekämpft, so lange. Aber was bist du denn? Nur ein Mann im Kostüm, der Held spielt. Du hast geschwollen Gotham zu beschützen und hast versagt. Ach wirklich, hab ich das. Noch bin ich nicht mit dir fertig. Ich werde erst versagen, wenn ich tot bin. Er schickt ihn, das ist auch sein Plan. Nein, hast du nicht mehr. Super. Äh, doch hat er. Oh, ist mal der... Ivy, hilf mir mal! Ich hab gar nicht gemerkt, dass ich auf die Geil... die Geil in einem Faunas Island... bin. Der Cloudburst wird keinem weiteren Angriff widerstehen und zucken. Nein, bis zum mittleren Ende. Okay, dann wird es ein Vergnügen sein, deinen Cloudburst zu fänden. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Explosion hat die Hauptkanone ausgeschaltet. Jetzt kann ich näher ran und den Cloudburst unter Beschuss nehmen. Knocker! Ich bin vielleicht nicht so nah dran. Ich hatte ein bisschen Abstand. Ich bin fast tot. Das war vielleicht doch keine gute Idee. Woher soll ich mich denn stellen? Ah, wo ist der denn gerade? Ach, nach vorne. Ja, vorne! Ich muss von vorne, ne? Ich verstecke mich nicht, ich jage. Was ich mal zum ersten Mal so viel verloren habe. Geh mal einfach Hit and Run. Ja, erste Taktik ever. So ist es diese ekelhaften Staubwolke. Ach, tut es das. Ah, ha, 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 ha. Äh, warum ich jetzt da abbiegen wollte? Ich frage mich. Chicken Driften. Ich bin weg aus Corona, also in meinen Steak. Ja! Ich kann nirgendwo mehr hin. Doch. Ich habe drei Inseln zur Verfügung. Behauptet wer. Wo fährst du lang? Ja, in die andere Richtung. Nicht da runter schicken. Oh, fahr jetzt nicht wieder weg. Wohin soll ich mich denn stellen? Ist auch super, weißt du das. Kannst du das? Kann ich auch immer noch schlagen. Auch wenn mein Badmobil nur noch halbes Leben hat. Nun endet es. Ah, hit-and-run, beste Taktik ever. Nö. Hast du dir mal meine Lebensanzeige angesehen? Ah, fährst du über die Brücke? Dachtest du, du könntest gefehlen? Vielleicht? Ach, jetzt ist doch immer, naja, ich würde nicht sagen, positiv. Zuversichtlich. Sagen wir mal zuversichtlich. So, noch ein bis zwei Hits. You sure about that, Mr. AK? Ich habe nicht vorzustellen. Jedenfalls noch nicht. Wir sind noch nicht bei einer gewissen Stelle. Die ich meistens nie auf Anhieb schaffe. Das dauert noch. Da werde ich eher mein erstes Game Over haben. Im LP. Ah, wir hocken gerade rum. Ah, da vorne. Den Weg war sie. Dass er genau in meine Richtung gefahren ist. Ja, und schön jetzt das Gas einatmen. Ihr beide, ne? Wow. Das war knapp. Gebt jetzt endlich Ruhe. Äh. Der Plot-Twist! Joker ist der Arkham Knight! Nein. Wie eine Halluzination. Hm. Sir, der Arkham Knight. Haben Sie ihn besiegt? Er... Er ist fort. Er hat sich in Joker verwandelt. Er ist nicht ganz sicher, Sir. Ivy, ich habe den Cloudburst zerstört. Filtere das restliche Toxin schnellstmöglich. Ivy. Ich fürchte, Sie sind zu spät, Sir. Die Scans zeigen, dass das Gift Ivys Pflanzen überwältigt. Ich bin unterwegs zu ihr. Nein, Ivy! Ah ja, bla, 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 bla. Ja. Bei dir und all deinen Freunden. Wie Päusen Ivy. Mein Gift überwältigt sie. Sie bezahlt gerade dafür, sich mir in den Weg zu stellen. Du siehst nicht gut aus. Ja, aber zu welchem Preis? Ja, ich bin unterwegs. Ja, ich bin unterwegs. Ja, ich bin unterwegs. Sir, die Gaswolke verflüchtigt sich. Gut gemacht. Von Ihnen und Päusen Ivy. Wir haben unterschätzt, wie viel Menschlichkeit noch in ihr steckt. Sie ist tot, Alfred. Die Reinigung des Toxins hat sie ausgezehrt. Oh, verstehe. Ihre letzte Tat war nobel. Ich muss Scarecrow finden, bevor noch jemand stirbt. Hast du Spuren für mich? Nichts Konkretes, Sir. Der GCBD-Funkraum könnte helfen. Sie haben eine verschlüsselte Übertragung über einen SWAT-Kanal aus der Stadt abgefangen. Kurios, denn es gibt zur Zeit keine SWAT-Officers im Einsatz. Dann gibt es natürlich noch zahlreiche ungelöste Fälle, die ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Ohne das Toxin wäre nun der perfekte Moment, die Stadt wieder zu übernehmen. Gute Idee. Ja. Du glaubst wirklich, du hättest gewonnen, oder, Batman? Genieß die Wahnvorstellung noch ein wenig. Der Arkham Knight mag panisch geflogen sein, aber seine Armee untersteht jetzt mehr. Denn auch wenn mein Toxin sich auflöst, hinterlässt es eine von dir im Stich gelassene Stadt. Ein Mahnmal in dein Versagen. Heute Nacht stirbt die Legende von Batman. Und Gotham stirbt mit ihr. Ivy, ich verspreche dir, dass dein Opfer nicht umsonst geseien wird. Naja, Rib-Leute mit Pollenallergie, würde ich erstmal sagen. Was haben wir denn so für eingehende Informationen bekommen? Hey, Pinguin! Falsche Tasse, Chicken. Trifft dich mit mir am Waffenlager, sobald ich es gefunden habe. Chicken, bist du sicher, dass du das machen möchtest? Das ist doch schon... Park mit Cloudboss-Tank. Panzer. Ja, hat ja prima geklappt. Ihr solltet mir dankbar sein. Ich habe euch vor der Angstwolke befreit. Aber gut, eigentlich war sie Ivy. Aber ich habe mir geholfen. Ja. Wie wäre es mit... Nein! Hallo, Leute! Ähm... Das war nicht klopfen.